Dieses Video wird gesponsert von TaschengeldDieb.de. TaschengeldDieb ist euer Shop für Tabletop, Brettspiele, Lego, Klemmbausteine, Farben und vieles, vieles mehr. Hallo liebe Lamas und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht mal wieder um Warhammer 40k Killteam und zwar eine der wichtigsten Erweiterungen, Regelerweiterungen für Killteam, nämlich Killteam Elite. Killteam Elite ist eine Regelerweiterung für das Spiel und zwar bringt das uns Elite-Truppen in Killteam, also teurere Truppen, die wir dann innerhalb unserer Armee verwenden können. Und warum das so wichtig ist, das ist deswegen, weil im Grundspiel einige Einheiten außen vor waren, was dann besonders für einige Fraktionen bedeutete, dass sie im Prinzip nur einen Einheitentyp mit unterschiedlicher Ausrüstung zur Auswahl hatten. Dank Killteam Elite haben wir jetzt bei jeder Fraktion mehrere Einheiten zur Auswahl. Wir haben auch nochmal extra Regeln für, ja, Chapters im Prinzip. Das heißt, ich kann jetzt Boni bekommen, wenn ich zum Beispiel eine Space Marine, Ultramarine Killteam spiele oder wenn ich ein Iron Fist Killteam spiele. Das heißt, wir haben in den Fraktionen auch nochmal Unterfraktionen, die eben dann entsprechende, also nicht Boni, sondern neue Strategien bekommen. Und die Strategientaktiken, das sind ja so ein bisschen mit das Salz in der Suppe bei Killteam. Und dafür ist Killteam Elite wirklich ein enorm wichtiges Buch, was aber anfangs von vielen unterschätzt wurde und auch meiner Meinung nach teilweise immer noch wird. Denn natürlich sind da Einheiten dabei, die viel zu teuer sind, um sie einfach mal so in mein Team zu nehmen. Aber ich kann mein Team situativ viel besser anpassen. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Einheit, die bei den Space Marines jetzt dabei ist und die wirklich wichtig ist. Das sind zum Beispiel hier ein Terminator. In dieser Konfiguration, ein Death Watch Terminator, geht da tatsächlich nicht so richtig zu benutzen in Killteam. Ja, so ich muss das einfach hier als Flamer spielen und nicht als Heavy Flamer. Aber ich bin begeistert, wie gut man ihn erkennt. Das ist zum Beispiel jetzt eine der Einheiten, die bei den Space Marines jetzt eben dabei ist. Der Terminator. Und da gibt es eben noch viel mehr. Und da wollen wir doch jetzt einfach mal gemeinsam reinschauen. So, hier haben wir das gute Buch nun vor uns. Killteam Elite Spezialkräfte in Truppengefechten. Und wir sehen hier auch schon einen Terminator der Space Marines. Wir gehen das ganze Buch mal durch. Und klar, wichtig ist, wir schauen uns mal das Inhaltsverzeichnis an. Das heißt, wir haben Kriegshelden, die Auserwählten. Wir haben die neuen Regeln dafür, für legendäre Jäger, Spezialkräfte und zusätzliche Regeln. Wir haben die angesprochenen Unterfraktionen, also die Ordenstaktiken der Space Marines, die Regimentsdoktrinen des Astra Militarum, die Dokumen der Fabrikwelten fürs Adeptus Mechanicus, die Legionseigenschaften für die Chaos Space Marines, die Craftworld Attribute für die Elder, die Obsession der Drukhari für die Dark Elder. Mask Style, das sind diese Elder Harlequins, genau. Dynastie-Kodizes, da muss ich nochmal gucken. Clan-Kulturen, das sind die Orks. Sept-Grundsätze, Schwarmflottenanpassung sind die Tyraniden. Und glaube, der Kalz müssten die Genestealer-Kalz sein. Ähm, genau. So, dann haben wir, klar, die ganzen Kill-Teams. Adeptus Astartes, Deathwatch, Grey Knights, Adeptus Mechanicus, Custodes, Astra Militarum, Heretic Astartes, Death Guard, Thousand Suns, Asuriani, Drukhari, Necrons, Orks, Tau Empire. Ah, Necrons dürften die Dynastie-Kodizes sein. Tyranids und die Genestealer-Kalz. Und natürlich haben wir auch hier neue Missionen dabei, die dann dazu auch passen. Ja, ganz wichtiger Punkt. So, klar, wir haben eine Einleitung, auch hier wieder schön mit den Terminatoren, die Ultramarines-Terminatoren gegen die Death Guard-Terminatoren. Und wie immer, wunderbare Illustrationen. Kriegshelden, die auserwählten, teilweise alte Illustrationen wiederverwertet. Ja, also ich glaube, diese Illustrationen hier oder so ähnlich kennt jeder. Ja, dann Regeln. Klar, ganz normal im Prinzip. Es gibt neue Spezialkräfte, aber ansonsten bedeutet das im Großen und Ganzen, dass die Elite-Einheiten einfach deutlich teurer sind. Dann Unterfraktionen. Jedes Modell muss zur gleichen Unterfraktion gehören. Dann darf ich mir die Taktik der Unterfraktion mitnehmen. Und wenn ich einen Nachfolgeordnen spiele, dann muss ich ihnen einfach einer dieser Fraktionen zuordnen. Also Imperial Fists, Dark Angels, Blood Angels, Space Wolves, White Scars, Ironhands, Ultramarines, Salamanders, Raven Guards und sogar die Black Templars haben eine eigene Unterfraktion bekommen. Richtig cool. Dann Regimentsdoktrin, Militarum Tempestus, Kadia, Katachan, Valhalla, Vostroia, Armageddon, Talan, Militarum Tempestus und Mordian. Die Dogmen der Fabrikwelten, Mars, Graia, Metallica, Lucius, Agrippina, Stygius VIII und Ritza, die Chaos-Kultisten, die Emperor's Children, die Iron Warriors, die Night Lords, die World Eaters, die Black Legion, Wordbearers, Alpha Legion und die Abtrünnigen Orden. Also da auch alles, was wir an Unterfraktionen im Prinzip kennen, ist hier in diesem Buch vertreten. Ich blätter das jetzt mal langsam durch. Ich gehe es nicht für jede Fraktion durch, aber dann bekommt ihr eine Idee, was es denn gibt. Ihr könnt es einfach mal anhalten. Ich werde es nicht komplett hier zeigen, weil wir das sonst durchaus Probleme geben könnte mit dem Copyright. Ihr könntet ja jede Szene quasi einfach screenshotten. So, wichtig ist aber, wir bekommen eben neue Taktiken für Befehlspunkte. Da sind auch einige mächtige Sachen dabei, wie den Teleportangriff. Setze diese Taktik am Ende der Bewegungsphase ein, wähle bis zu drei Terminatormodelle deines Killteams, die in der Reserve aufgestellt wurden und stelle sie irgendwo auf dem Schlachtfeld auf, wo sie weiter als 5 Zoll von feindlichen Modellen entfernt sind. Das heißt, ich muss nicht alle Modelle am Anfang aufstellen. Ich kann welche in der Reserve aufstellen, kann sie dann ins Schlachtfeld teleportieren. Und gerade bei Terminatormodellen kann das richtig heftig sein mit ihrer entsprechenden Ausrüstung. Und dann haben wir hier auch dann dementsprechend die neuen Datasheets. Und hier ist wichtig, wir haben hier das Schlüsselwort Kommandeur dabei. Commander. Elites erweitert also auch die Commander-Erweiterung, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Da haben wir dann Kommandeure dabei. Die kosten dann wirklich viele Punkte. Dann spielt man eher auf 200 Punkte. Mit Elites eher auf 125 Punkte. Und eben eine Menge dieser Einheiten, die wir hier drin haben, sind tatsächlich Kommandeure und nicht einfach nur Einheiten, die ich auch im normalen Spiel benutzen kann. Und dazu muss man sagen, das Spiel mit Commandern ist sehr umstritten, weil es relativ wenig gebalanced ist. Es gibt Commander, die sind richtig gut. Der Librarian insgesamt in Primaris-Rüstung ist ganz gut. Und also der Primaris-Librarian, der ist jetzt hier gar nicht dabei. Andere sind schlechter. Das muss man gucken. So, Captain. Dann hier ganz wichtig. Wir haben jetzt wirklich Infiltrator, Suppressor, Eliminator, Terminator. Also das macht schon durchaus einen großen Unterschied. Dann haben wir klar, die Veteranen. Stern-Guard-Veteran, Vanguard-Veteran. Das sind einfach wichtige Einheiten der Space Marines, die wir jetzt endlich auch im Kill-Team benutzen können. Und wenn man mal so durchguckt, dann sind die Jungs relativ teuer. Hier ist jetzt nur die Preise für die Bewaffnung. Die Preise für sie selbst sind mal wieder an anderer Stelle. Ach, wie man das leider kennt. Also ich finde immer noch, meine größte Kritik ist die Struktur dieses Buches, wie generell bei den GW-Veröffentlichungen. Weil meiner Meinung nach nicht das da ist, wo ich es suche. So, die Grey Knights bekommen eine neue Taktik, auch wieder für Terminatoren. Also die Paladine der Grey Knights und eben Librarian, Brother-Captain und dann Terminator-Paladin. Das sind ja quasi die gleichen Einheiten unterschiedlich gebaut. Die bekommt man jetzt. Das ist besonders für die Grey Knights wichtig, weil sie ja vorher wirklich nur das Strike-Quad hatten als mögliche Einheit. Adeptus Mechanicus bekommt den Tech-Priest Manipulus. Und den Corpuscari-Electro-Priest und den Fulbright-Electro-Priest. Das dürfte auch wieder die gleiche Einheit sein, nur unterschiedlich gebaut. Dann Adeptus Castodos ist quasi komplett neu dazu. Weil klar, die machen im normalen Spiel absolut keinen Sinn. Die sind also ganz neu. Man kann mit diesem Buch also die Adeptus Castodos spielen. Und die haben den Shield-Captain und ansonsten Castodian Guard und Alarus Guard. Mehr nicht. Astra Militarum, Sly Marbo ist neu. Ogryn Bulgrin. Und das war's. Heretic Astartes bekommen den Greater Possessed, den Master of Executions, den Dark Apostle. Master of Possessions, Sorcerer in Terminator-Rüstung, Chaos-Lord in Terminator-Rüstung. Das sind bisher alles Kommandeure. Dann den Korn-Versica, den Possessed, den Terminator natürlich. Und das war's auch schon. Die Death Guard bekommen zwei neue Taktiken. Den Lord of Contagion und den Blight Lord, den dürften besonders durch Conquest jetzt einige kriegen. Das macht's durchaus interessant. Die Death Shrouds Terminators, auch die sind in Conquest dabei. Auch das macht es interessant. Die Thousand Suns bekommen drei neue Taktiken. Scarab Occult Terminator, also auch wieder hier nur die Terminator-Einheit neu. Wir sehen im Großen und Ganzen, gerade bei den Space Marines, sind die Terminator-Einheiten neu. Die Asuriani bekommen die Spirit Seer. Illic Night Spear, das ist jeweils auch wieder ein Commander. Dann Rav Guard und Rav Blade. Die Striking Scorpion und die Howling Banshee. Das ist durchaus, finde ich, eine wichtige Sache. Die Drukhari bekommen Kill-Teams der Drukhari. Das Wrack, den Wrack Gunner und den Akethyst. Dann der Incubus Grotesque Mandrake als neue Einheiten. Die Necrons haben hier ihre Taktiken. Haben den Lynchguard und den Triarch Praetorian. Ich denke mal, die werden durch die 9. Edition auch einiges neu bekommen. Die Orks haben auch wieder einige Taktiken dazu bekommen. Den Knob, den Mega Knob und den Flash-Git. Und den Boss Snickrod. Das dürfte ein Commander sein. Genau. Und hier haben wir hier Flash-Git 23 Punkte. Boss Mega Knob 41 Punkte. Und wenn man dann überlegt, okay, 100 Punkte, man braucht mindestens 3 Figuren. Geht ja schon mal gar nicht. Deswegen spielt man jetzt auf 125 Punkte. Das Tau Empire ist auch durchaus interessant durch Elite. Es bekommt nämlich einmal die Commander. Es bekommt den Crude Carnivore dazu. Und den XV-8 Crisis Battlesuit. XV-8. Und den Dark Strider. Und dann haben wir noch die Tyranniden. Auch wieder einige Taktiken dazu. Tyrant Guard, Hive Guard, Death Leaper und die Ravener. Und die Genestealer, die guten Jungs, bekommen den Sanctus und den Kelamorph. Den Nexus und den Biophagus. Das ist bisher Commander, Commander, Commander. Commander, Commander, also bisher nur Commander. Kommandeur, Kommandeur. Den Locus ist auch ein Commander. Den Klamervus ist ein Commander. Also die Genestealer bekommen tatsächlich nur Commander dazu. Die Armen. Und dann haben wir eben neue Missionen. Erstmal noch schöne Bilder dabei. Und hier sind dann eben auch neue Missionen. Freies Spiel. Haben wir drei Stück. Dann haben wir erzählerisches Spiel. Zwei, drei, vier Stück. Und das ausgewogene Spiel. Das ist doch somit das Wichtigste. Der eskalierende Konflikt. Zerschmettere die Champions. Missionsziel Ultima. Veränderliche Prioritäten. Also auch vier Stück. Und natürlich hier nochmal Kopiervorlage. Ja, wir sehen. Auch hier haben wir wieder... Nein. In die Kritik gehen wir jetzt gleich zurück. So, jetzt habt ihr einen kurzen Eindruck davon bekommen, was steckt in dem Buch drinne. Was haben wir da? Und es zeigt sich eines ganz deutlich. Es ist eine Erweiterung, eine wichtige Erweiterung für Kill Team, weil einfach so gut wie alle Fraktionen auf deutlich mehr Einheiten zurückgreifen können. Und wir dadurch einfach eine ganz neue Einheitenvielfalt und mehr Abwechslung bekommen. Und teilweise sind es auch einfach wichtige Einheiten, wenn nicht fürs Spiel selbst, dann fürs Gefühl. Aber da sehen wir auch wieder, das große Problem ist die Ungleichbehandlung der Fraktionen. Während wir besonders bei den Jeans-Dealer-Cults gesehen haben, dass die nur Kommandeure bekommen haben, wofür es eigentlich die Commander-Erweiterung gibt, haben die Space Marine-Orden natürlich massenweise Einheiten dazu bekommen. Terminatoren, Infiltratoren, Eliminatoren, dann die Veterans. Da ist einfach jetzt bei den Space Marines quasi alles dabei, was es in Einheiten gibt. Und da sieht man mal wieder ganz deutlich, die Space Marines sind die Lieblinge von Games Workshop. Und auch wenn Games Workshop immer sagt, alle Fraktionen werden gleich behandelt. Ich finde, ein Buch wie dieses zeigt, dass dem einfach nicht so ist. Es werden nicht alle Fraktionen gleich behandelt. Wir haben eine ganz unterschiedliche Gewichtung. Und es ist ja natürlich auch Fakt, die meisten Spieler spielen Space Marines. Da brauchen wir nicht drum herumreden. Das sieht man in jeder Facebook-Gruppe, das sieht man auf Instagram und Co. Space Marines sind die beliebteste Fraktion. Und dann ist es durchaus gerechtfertigt, denen auch am meisten Optionen zur Verfügung zu stellen. Aber es frustriert besonders dann Spieler von zum Beispiel den Jeans-Dealer-Cults, wenn die nur so wenig zusätzliche Optionen bekommen. Aber auch die Grey Knights oder die Deathratch oder die Custodes haben ja sehr wenige Optionen. Und da hätte man sich überlegen können, gäbe es da nicht andere Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten. Denn die Space Marines haben ja nicht nur jetzt massenweise Elite-Einheiten dazu bekommen. Sie haben ja auch Kommandeure dazu bekommen mit den Primaris, mit den Librarians in Terminator-Rüstung, in Phobos-Rüstung etc. Also die können komplett aus den Vollen schöpfen, während andere Einheiten sehr eingeschränkt sind. Und deswegen verstehe ich es vollkommen, dass der Eindruck entsteht, dieses Buch wäre unbalanced bzw. würde die Unbalance nur noch verstärken. Denn ja, ein Stück weit kann man das sicherlich so beurteilen. Aber man muss natürlich auch die Ausgangslage beurteilen. Und die Ausgangslage ist, Kill Team war von Anfang an unbalanced. Von Anfang an herrschte ein enormes Ungleichgewicht in den Fraktionen. Und auch dieses Buch ist wieder voller Fehler und Eratar, die eingearbeitet werden müssen, die wir dann auf der Games Workshop-Seite oder im White Draw finden. Auch das ist ja quasi irgendwie normal. Aber man sollte es immer wieder ansprechen und kritisieren. Games Workshop, das könnt ihr besser. Das solltet ihr besser machen. Und da bin ich mir sicher, dass das ärgerlich ist. Ich wollte gerade sagen, dass das besser geht. Natürlich geht das besser. Massenweise Brettspielverlage zeigen, dass das besser geht. Games Workshop hat einfach seine Stärke bei den Miniaturen. Und lässt solche Bücher und besonders Balancing ein bisschen hinten runterfallen. Das enorme Ungleichgewicht finde ich scheiße, sage ich ganz ehrlich. Das ist richtiger Mist. Aber es ist trotzdem ein enorm wichtiges Buch für Kill Team. Und sollte dementsprechend jeder haben. Dieses Buch ist aber auch relativ teuer. Dafür, dass es nur ein Buch ist, ist es, ich glaube, Buchpreisbedingungen bei 32,50. Dementsprechend, ja, okay. Man kann sich natürlich überlegen, Apps wie Battlescribe etc. bieten die ganzen Stats an. Sonderlich Regeln zu beachten gibt es nicht. Nehmt die Einheiten mit rein und dann ist gut. Gut, also dementsprechend, wenn ihr Battlescribe und Co. benutzt, dann achtet einfach darauf, dass da keine Fehler drin sind. Und dann könnt ihr euch das Buch im Großen und Ganzen auch sparen. Wobei gerade die 125-Punkte-Missionen, die drin sind, sind dann durchaus interessant. Man kann aber durchaus auch die Missionen aus dem Grundspiel auf 125 Punkte anpassen und das dann spielen. Das ist gar kein Problem, denn die Missionen, die Punkte-Limits in den Missionen, die sind ja größtenteils wirklich für das jeweilige Spiel gesetzt. Aber ob da jetzt 25 Punkte eine Einheit mehr oder weniger ist, macht den Braten nicht fett in dem Fall. Ja, schreibt mal unten in die Kommentare, welche Fraktion spielt ihr? Was habt ihr durch Killteam Elite dazubekommen und stellt es euch zufrieden oder nicht? Was hättet ihr euch vielleicht aus eurer Fraktion in Killteam Elite gewünscht? Das ist ja besonders interessant für die Fraktionen, die wenig bekommen haben, wie eben die Jeans-Dealer-Cals. Das würde mich brennend interessieren. Ab in die Kommentare damit und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Killteam-Video oder eines der anderen. Ich bin Alex, macht's gut!